Und noch ein, und noch ein, ein für die Mama, ein für den Papa, ein für den Sargent. Was ist los mit dir? Machst du da etwas schlafft, Private? Für jeden Liegestützen, den du nicht schaffst, gibt's heute nichts zu essen. Für jeden Liegestützen, den du nicht machst, machen deine Kameraden zehn weitere. Für jeden Liegestützen, den du nicht machst, schlafen die anderen heute eine Stunde weniger. Was ist los? Hoch mit euch, hoch mit euch, in Reihe und wie ich. Private G-Mo, vorgetreten. Ja, Sir. Private, bin ich zu hart zu dir? Sir, nein, Sir. Wenn deine Kollegen laufen, willst du dann ruhen? Sir, nein, Sir. Wenn sie weit laufen, willst du dann eine Abkürzung haben? Sir, nein, Sir. Wenn sie Hunger haben, willst du dann essen? Sir, nein, Sir. Wenn sie wach sind, willst du dann schlafen? Sir, nein, Sir. Das verstehe ich nicht, warum du keine Liegestütze machen kannst, wenn deine Kollegen Liegestütze machen. Kriegst du das nicht in deinen Chill rein? Ich versuche es, Sir. Du versuchst es nicht. Du machst gar nichts. Du machst Dreck. Du machst Unruhe. Du sollst dir jetzt mit deinen Kollegen diesen Baum backen. Los mit dir, los. Und hoch damit. Wir haben einen langen Weg. Den will ich mit nach Hause nehmen. Der ist schön. Gefällt er euch auch? Gefällt er euch auch? Gefällt er dem Pfeil? Ja. Das ist ja toll. Der passt bestimmt wunderbar in mein Wohnzimmer. Das Abend weiß, wie der Wind weht. Das Abend weiß, wie der Wind geht. Wir laufen heut von früh bis spät. Wir laufen heut von früh bis spät. Steh auf. Steh auf, weiter. Steh auf, man. Weiter. Komm. Zieh. Zieh. Ja. Oh, oh, oh.